Heute sind wir im Europareservat Unterer Inn. Wir haben sehr viele Vögel gehört, insbesondere den Pirol immer wieder und die Teichrohrsänger und ganz viele Schmetterlinge gesehen. Kommt mit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Das ist das 1000-Gülden-Kraut. Das mag ich besonders, weil es so fein ist und so eine schöne Farbe hat. Das ist das 10-Gülden-Kraut. 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 Das ist das 10-Gülden-Kraut.